Du baust Drehorgeln. Jetzt sagst du kurz, du hast die Palästinenser einen Kaffee ausgegeben. Ja, ich habe Kaffee und so. Ja, super. Ja, weil das gut ist. Ja, ja, gut. Und das ist mein Zettel. Das ist dein Zettel. Ja, super. Ja, aber jetzt habe ich den Namen von der Palästinenser abgeschrieben. Ja, super. Ja, super. Du hast den Namen. Nein, den gebe ich dem. Merke ich mir. Ja, super. Du kannst dann auch gleich fotografieren, den Namen. Ja, super, ja. Das ist ja irre. Der ältere Herr, das ist der Junge und der andere ist der Staubge. Drei verschiedene Typen. Das ist eine super Geschichte. Solche Leute wie du, das brauchen wir. Und nicht solche Deppen wie ein Söder und ein Seehofer. Ja, genau. Ich war mit 21 Jahren, nein, mit 20 Jahren bin ich in die Schweiz gegangen, weil ich ins Militär hätte gehen müssen. Ja. Und ich wollte natürlich so weigern, gab es da nicht. Du musst auswandern. Okay? Dann bin ich in die Schweiz gewesen, dann habe ich nicht mehr heimgekommen, bis ich 26 bin. Dann war ich in der ganzen Welt am Land. Ich war in der ganzen Welt. Ich habe vier und halb mir an der Muda gearbeitet. Ich habe mit Ausländern, nur mit Ausländern gearbeitet. Ja, genau. Ob das jetzt in Muda war oder in Hawaii und so, wie mit den Filipinos oder so. Also, das war mein Leben. Und darum habe ich ein Mitgefühl mit den Leuten. Genau. Weil die sind da allein und keiner redet so. So ist es, geht auch. Ich gehe her und sage, du, wo seid ihr denn her? Und so weiter. Das ist, so ist es. Ja, so geht es doch. So ist es. In den Ländern ist es genauso, wenn du da hinfährst, dann sind die Leute auch so. Ja. Ich bin ja in den Ländern. Ja, ja. Ich spreche mit dir auch. Ich bin aus Tutsing. Tutsing? Tutsing. Ich mache das weltweit von hier. Ich bin weltweit ein Leiter für ein Projekt von der UNO. Für Frieden. Ich finde ich toll, dass du es machst. Ja, genau. Weißt du, die Leute haben so viel Zeit und machen immer denselben Mist. Genau. Ich habe gesagt, ich wollte nur Kaffee drinnen. Ich habe auch keine Zeit und kann später auch wieder arbeiten. Aber jetzt habe ich ihnen gesagt, jetzt fahre ich heute auf Nacht raus mit meinen Drehargen und zeige ihnen das. Ja, genau. Ja, super. Ja, ich meine, die sind arm. Die haben nirgend, die kennen nirgend. Keiner redet so. Ja, genau. Ja, genau. Die sind so stupid. Und keiner redet mit denen. Ja. Das ist aber richtig. Also du, super. Danke. Alles Gute. Ich melde mich wieder. Pütti. Ja, Pütti. Okay. Ja. Super. Wenn du mal irgendwo hinfährst und in einem Land, wo die Leute unterhalten wächst, ich weiß jetzt nicht, was du magst, dann kannst du mir so kleine Orgel mitnehmen und die Leute unterhalten. Ja, das ist wichtig. 500 Platten. Ah ja. Kommen wir mal zu mir vorbei. Das ist super. In einem alten Zacherloch bin ich. Super. Ich weiß ja das. Super Geschichte. Ich hab's ja jetzt am Band. Also sie ist jetzt am Band. Ja. Also. Pütti. Ja, Pütti.